Hallo. Fast collector. One day this will all be mine. Hm, wir haben eine Statue geclaimed. Jetzt müssen wir nur noch... This will all be mine. Noch hat die... Noch hat die City Guard aber irgendwie nicht den Drang, sich auswechseln zu lassen. Ah, wahrscheinlich geht sie jetzt. One day this will all be mine. Oder auch nicht. Nächstes haben wir jemanden, der sich um die Flagge schert. More gold, your majesty. A foul beast approaches. My prowess is unmatched. Ein Woke. Problem? I'm on my way. Hm. Also ja, das war wohl auch nicht der richtige Weg. So, noch ein Markttag. Dann verbessern wir die Sachen in der Schmiede mal. Oh, jetzt haben wir unseren zweiten Veteran Guard. Dann gucken wir eben mal hier hinten. More gold, your majesty. The local blacksmith offers new services. Er hat Geld zum abgeben, er hat aber auch mehr Geld, mit dem er sich zurückkaufen könnte. Ja, das reicht erst mal bei dem. Wir werden als nächstes den Marktplatz nochmal eins abgeben, dass wir den guten Marktplatz haben. Ja, wie gesagt, den Tempel jetzt, also den Fervus-Tempel zu finden, das kann eine ganze Weile dauern. Weil wir eben nur mit Explorer Flex und Warriors arbeiten können und eh ein bisschen Geldknappheit haben. Oh, er macht sich neue Waffen. Und der nervt mich langsam mit seinem One-Day-This-Will-All-Be-Mein-Gelaber. So, der hat auf jeden Fall... Sehen wir mal das Schwerter, aber das hier sieht noch nach gewöhnlichem Zeug aus, hä? Gucken wir mal bei jemand anderem... Ja. Oh, der ist jetzt aber mutig. Oh, der ist tot. Das ist halt wirklich das Problem, eher in der Gegend. Es gibt viel zu viele Spinnen. Ah, jetzt lassen sie auch im Inn was springen, das ist gut. Und ich kann meinen Marktplatz upgraden. Wenn ich wieder Geld habe, mache ich mal hier eine Erkundungsfahne hin. Wir haben ja Zeit eigentlich, oder? Statistik. Eine Statue. Vielleicht... Entweder sind die Statuen Wegweiser, die wir nehmen müssen. Oder... Sie... Umranden den Tempel. Da beides sein könnte... Gebe ich auch zwei Explorer-Flex aus. Weil für meine Schwertkämpfer sollten die Spinnen definitiv kein Problem sein. Die sind ja auch schon recht gut ausgerüstet eigentlich. Außer ihm hier. Ah, er ist das Teleportations-Amulett, oder er ist die Schmiede verbessern. Da ist er. Die Inhabitants of this building have agreed to join your kingdom. You have found the temple of Fervors, and the high priest has cured the land of the sickness. Now you can build more guilds. The high priest bewar... Wants you to beware of the rich kingdom, who dwells in the terror. Und die Schmiede abzugraden, weil ich will ein dwarfen Settlement. Ealing. Leisonary Hero. Rights. Aha. Ich hatte also wirklich Glück damit Er hat Dwarven Settlement Sehr schön Rager ausbinden Ich habe nämlich Ich habe nämlich jetzt erstmal keine Ahnung Was für Auswirkungen es hat Den Fervis Tempel gefunden zu haben Ob wir jetzt Aggressivere Probleme haben Ich weiß nur Dass ich die beiden Gebäude Jetzt mal von unserer Erkundungsliste raus Und ich hätte auch Auf jeden Fall gern den Den kann ich ja gar nicht mehr bauen Nein ich kann nur noch Den Tempel von Kryptow bauen Gerade Den da helfe ich mal Und ja das sieht fast aus Als ob der Krypto Tempel Direkt in der Mitte der Karte So den heil ich nochmal Ich hoffe die beiden Elfen Die beiden Waldläufer rennen weg So My prowess ist unmatcht So Und so Einmal heil ich dich noch Dann kann ich es mir nicht mehr leisten Wow, du hast den Bär platt gemacht Sehr schön Jetzt aber das Geld zusammensparen Fürs Dwarfensettlement Und dann können wir auch Kultisten Deswegen bringt mir das Gold Das Schöne ist auch Das Dwarfensettlement kann sich selber verteidigen Ein Trading Post 8000 Gold Ach, sehr schön Weil sie wirklich die 8000 Gold abholen würden Und es heil heim schaffen würden Das wäre doch die andere Sache Jawohl, unser erster Zwerg Der holt tatsächlich das Geld da ab Und hoffentlich schafft er es auch heim Achso, das ist eins der Häuser hier gewesen Die werden auch ausgenommen Von der Steuer Da kannst du von mir aus Auf den Wizard Tower draufhauen Wobei Mach den mal platt Mehr Zwerge Markttag Teleportationsringe Eine Wizard-Gilde wäre nicht schlecht bei der